ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ein skin gameplays vorgestellt auf unserem kanal sofort und gleich so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt dann used gerne im item shop den creator code sofort und gleich ttv dann auf annehmen drücken und unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video die neue season ist endlich da und ja ich kann eins sagen wir sind wirklich mega gehypt von dieser season also heute schon zum herrn sofort gesagt ich weiß gar nicht wann das letzte mal war dass ein season start für uns länger als eine stunde gedauert und wir dann nicht schon resigniert haben also das ist diesmal mit diesem chapter 2 gelungen wahnsinnig cool macht richtig bock hier haben wir den neuen zero skin wo ich mal sagen lassen dann einfach mal laufen hier ding ist auf jeden fall ziemlich cool da doch hinten dieses backpack drauf er sieht doch mal richtig nice aus oder leute also ich finde das ding ziemlich cool gefällt mir sehr gut gut ich bin direkt bei ihm gewesen auch so dieses diese batches auch mega cool minimal jetzt es Ja, Leute, also wirklich. Eins kann man sagen, das Angeln macht Spaß. Das ist echt mega witzig. Die Schiffe sind cool. Könnt ihr mit den Schiffen auch über Land fahren? Das sind ja solche Luftkissenboote. Die Map ist entspannt, also ich muss echt sagen, ich habe so das Gefühl, wenn man so den Anfang übersteht. So, den ersten Clash. Und dann ist die Map wirklich ziemlich tiefenentspannt. Okay, klar, die Ansprüche an die Grafikkarte sind höher geworden. Definitiv, man merkt, man hat mehr Lags als vorher. Aber alles in einem rundum gelungenen Season, die wirklich einfach nur mega Bock macht. Prestige-Missionen sind hier weg. Es gibt keine Automaten mehr. Einige Waffen wurden rausgenommen, andere sind mit hinzugekommen. Es gibt jetzt zum Beispiel so eine Bandage-Bazooka. Mit der kann man dann die anderen Leute heilen. Allerdings braucht die... Ich habe es bis jetzt noch nicht gehabt, aber er sofort sagt, man braucht dafür zwei Waffenslots. Eine neue Pump ist reingekommen. Ich finde die ziemlich cool. Ist nicht ganz so stark wie die Combat. Nicht so langsam wie die alte Pump. Eigentlich ganz in Ordnung. Das macht auf jeden Fall auch Spaß. Viele neue Orte, die echt cool sind. Na, hab ich wieder. Servus. Battle Pass gefällt mir ganz gut. Bin mal gespannt wie das so weitergeht mit der Season. Auf jeden Fall ein gelungener Start. Wenn die jetzt nicht in irgendwelchen groben Schnitzer oder sowas reinbringen. Man kann es einfach mal so lassen, wie es jetzt momentan ist. Und da jetzt nicht großartig anfangen, irgendwelche Sachen wieder abzuändern oder so. Ja. Ich muss sagen, ist das echt cool. Ja. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Skin Gameplays vorgestellt. Mit mir. Nimm einen gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mega geil das Teil. Ich lief dis. Schalle. Schall. Ich lief dis.